Hallo zusammen, ich will euch mal einen ganz besonderen Gast bei uns zeigen. Gar nicht so einfach. Zwar dachte ich erst, was ist das denn für eine krasse Hummel, aber... Die nennt sich wohl blau-schwarze Waldbiene und ist ziemlich selten. Oder auch violette Waldbiene. Oh, jetzt ist sie weg. Ja, jetzt fliegt sie wieder da rüber. Ich versuche noch einmal. Ja, ich bin hier echt im Paradies. Ich könnte hier hunderte von Tierfilmen machen mit verschiedenen Eidechsenarten. Und Vogelarten ist total der Hammer hier. Ja, ich hoffe es geht euch allen gut. Lieben Gruß. Aus dem Steinbruch.